Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und deine live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hi, hier ist der Marco und heute fix und fertig. Ja, ich habe wieder angefangen mit meinem Fitnessprogramm und ich bin völlig zerstört. Frisch aus der Dusche, die langen Haare noch am Tropfen und ja, Knaller. Ja, ich habe die letzte Zeit einiges schleifen lassen. Ja, also jetzt die Zeit, die letzten Monate, die letzten ein, zwei Jahre eigentlich fast aufgrund meines Angestelltenverhältnisses und dass mich das einfach so in die Mangel genommen hat, dass ich keine Energie mehr hatte für nichts. Ja, also ich musste viel von meinem Training einschränken, hatte auch überhaupt nicht mehr die Kraft dazu, stellenweise. Und häufig hätte ich es auch zeitlich überhaupt nicht dahin geschafft, weil ich einfach zu spät aus dem Betrieb gekommen bin. Ja, und sowas bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Wenn du eigentlich nur noch nach Hause kommst und dich auf die Couch platzierst, ja, und das machst du dann jeden Tag, dann sagt der Körper irgendwann auch, ja gut, das ist halt so Sparflamme. Ja, dann läuft das halt jetzt wohl so weiter. Okay, kann ich mir leben? Ja, Problem ist nur, ich kann damit nicht leben auf Dauer. Und ich bin zumindest jetzt soweit wieder auf dem, ja, auf dem angehenden Level, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich da auch mal wieder richtig reinknien und mal an meiner guten alten Form wieder arbeiten. Ja, also ich bin ja trotz allem immer aktiv im Kampfsportbereich, aber auch da reicht halt das Training oder reicht das Training zwecks körperlicher Fitness im Moment nicht aus, ja, weil ich auch viele andere Projekte am Laufen habe. Und wenn du halt ständig beruflich dann viel zu tun hast aufgrund des Aufbaus des Businesses, Business, Businesses, whatever, ja, dann bleibt halt ein bisschen was auf der Strecke. Und das sind halt auch so ein paar Gewohnheiten im Leben, die ich entsprechend wieder ein Stück weit anpasse, aber auch nicht zu viel. Und das ist auch das, was ich dir empfehle. Ja, wenn du Dinge im Leben ändern willst, dann mach das langsam und Schritt für Schritt, dass dir dein Unterbewusstsein nicht den Mittelfinger zeigt. Ja, wenn du sagst, okay, jetzt von heute auf morgen, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich mache jetzt viermal die Woche Sport, mindestens zwei Stunden, also exzessives Training, dann stehe ich morgens zwei Stunden früher auf, ernähre mich gesund, gehe natürlich morgens auch gleich direkt noch joggen, vorher noch die Affirmation, die Meditation, die halbe Stunde, nicht zu vergessen, halbe Stunde Qigong und Fitnesstraining. Ja, nein, da sagt dein Unterbewusstsein irgendwann, du kannst mich mal kreuzweise, genau, ja. Ja, aber es ist alles umsetzbar, nur halt eben in kleineren Etappen. Ja, und das ist halt eben das, was ich jetzt momentan mache. Bei mir ist es einfach so, dass ich jetzt am Schmerzpunkt bin. Ja, also ich habe das Maßband mal wieder ausgepackt und mal den Bauchumfang gemessen und ich bin jetzt, also das ist mein No-Go-Level in dem Moment, wo ich jetzt erreicht habe. Wo ich sage, jetzt reicht es. Das geht nicht mehr. Ab jetzt geht es wieder rund. Ja, und mein No-Go-Level, das ist 100 Zentimeter Bauchumfang. Ja, wird ja gemessen direkt quasi über den Bauchnabel rüber. Na, und ich wiege mich auch nicht. Ja, das, weil wiegen bringt dir nichts. Da hast du tagesabhängig mal mehr, mal weniger drauf. Dann hast du mal vorher was gegessen gehabt, ja, oder warst noch nicht auf Toilette und dann hast du mal mehr geschwitzt. Oder gerade einen Liter Wasser getrunken, ja, und dann wiegst du auch wieder ein Kilo mehr. Also eine Waage ist nicht wirklich aussagekräftig. Ja, sondern eher halt schauen, ob du irgendwie auf eine Art eine Körperfettmessung machen kannst. Und das Einfachste, was ich dir wirklich empfehle, ist das Maßband. Also aussagekräftiger geht es nicht. Ja, also nimm dir ein Maßband, mess es und schreib es auf. Ja, und das ist auch das, wozu ich dich gerne einladen möchte. Ich werde mich nämlich jetzt so richtig zum Affen machen. Ja, indem ich diese 90-Tages-Challenge dokumentiere. Ich habe die schon mehrfach gemacht. Ich habe sie noch nicht durchgezogen bisher, weil immer irgendwas passiert ist in der Zeit. Entweder wurde ich krank, bin ich halt komplett ausgefallen, dann ein, zwei Wochen und dann fängst du von vorne wieder an. Ja, oder kam Umzug dazwischen oder ja, der Job, wie auch immer. Ja, also es gab immer irgendwas, was dazwischen gekommen ist, was mich mehrere Wochen halt rausgeschmissen hat. Und ja, die 90-Tages-Challenge möchte ich dir generell mal vorstellen, weil ich die ganz super toll finde. Richtig, richtig cool. Und zwar ist das von einem Fitnesstrainer, einem Amerikanischen, der früher von der Armee aus auch in Deutschland stationiert war. Und zwar der Mark Lauren. Der Mark Lauren, der ist ja schon eigentlich eine Institution auf dem Gebiet der Übung mit dem eigenen Körpergewicht. Ja, und er war noch weit vor, ich sag mal, bevor er so zum Trend wurde, also bevor jetzt so diese Calisthenics-Szene richtig durchgestartet ist, hatte ich sein englisches Buch schon gehabt damals. Also ich habe mehrere Bücher von ihm und eins davon ist Fit ohne Geräte, heißt es auf Deutsch. Ich hatte die englische Version, als es gerade frisch erschienen ist damals. Ja, die hieß dann You Are Your Own Gym. Also du bist dein Fitnessstudio, frei übersetzt. Ja, hat so ein oranges Cover gehabt damals. Ja, und ich habe halt hier, ich weiß gar nicht, ich glaube die erste oder zweite Auflage der deutschen Variante jetzt hier. Beziehungsweise jetzt halt auch sein Zusatzbuch, sein weiteres, die 90-Tages-Challenge. Ja, also das heißt Fit ohne Geräte, die 90-Tage-Challenge. Steht jetzt dabei für Männer. Gibt auch eine Frauenvariante, hat er auch rausgebracht. Und ich habe letztens in einer Buchhandlung gesehen, da es gibt eine neue Auflage. Also es ist nochmal eine Ecke dicker und ist auch innen drin mittlerweile bunt. Ja, und wurde um ein paar Sachen ergänzt. Ich habe jetzt noch die ältere Version, aber ich finde also die 90-Tages-Challenge richtig, richtig cool. Ja, was Mark Lauren ausmacht ist, er war bei der Armee, also bei der US Army Ausbilder, der die Leute in einem, also Bootcamp mäßig fit machen musste. Ja, und also auch, also wirklich die Spezialeinheiten fit gemacht hat in 90 Tagen. Ja, also in drei Monaten mussten die halt richtig, richtig fit sein. Und da haben die halt nur die effektivsten Techniken auch benutzt, um die Leute dann richtig fit zu drillen. Ja, und diese Erfahrung hat er dann auch niedergeschrieben. Ja, war selbst, ich glaube, Kampfschwimmer war er, glaube ich, gewesen, also bei den Seals oder so. Also er hat auf jeden Fall Leute von den Navy Seals, von den Army Rangers, ja, also wirklich diese Top-Spezialeinheiten der Amerikaner, hat er dann gedrillt und trainiert. Ja, also was den Fitnessbereich dann angeht. Und ja, die Erfahrung hat er dann im Prinzip auch niedergeschrieben. Also er ist jetzt kein, ja, typischer Fitness-Guru, der eben auch aus der Fitness-Szene so raus entstanden ist. Ja, gibt es ja so 10.000 Ansichten dort, welche Übungen wie funktioniert und welches Nahrungsergänzungsmittel jetzt ganz toll ist. Da bin ich überhaupt kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es immer mal probiert, mal irgendwelche Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ich habe da einen eigenen Weg gefunden, der weit effizienter ist, habe ich festgestellt. Ja, und dadurch, dass ich auch therapeutisch arbeite und auch schon viele, viele Leute hatte, die im Fitnessbereich sehr exzessiv trainiert haben. Ja, also zum Beispiel auch Bodybuilder oder ja, also schon wirklich die Leute, die massiv halt Muskelaufbau betreiben. Da hatte ich auch schon einige Leute gehabt, die halt viel mit Nierenproblemen zu tun hatten. Ja, und das ist ja häufig dann auch so ein Faktor, der mit verschiedenen, ich sage mal, Pülverchen zu tun hat, die man sich da als Shake anmischt. Ja, und da habe ich dann auch mal exzessiv danach gefragt, immer wenn ich jemanden aus der Szene hatte, sage ich mal, ist das bei euch irgendwie ein Thema? Wie ist denn das so? So Nierensteine und sowas, ist das bei euch ein Thema? Dann sagt er ja, und das gar nicht mal so wenig. Ja, Nierensteine, das kommt schon relativ häufig vor. Ja, und ja, das hat so mit ein paar Mittelchen auch zu tun dann. Ja, genau wie ein paar andere Nebeneffekte. Aber ist jetzt nicht das Thema. Bisher muss ich sagen, die 90-Tages-Challenge ist echt ein harter Brocken. Ja, im Prinzip eine komplette Lebensumstellung. Das ist gar nicht mal eine reine Fitness-Challenge. Ja, auch, aber da sind auch immer Zwischenaufgaben drin. Also jeder Tag hat eine Aufgabe, die du zu erledigen hast. Und die Aufgaben sind erstmal natürlich die Übungen selbst. Also die Übungen hat er im Prinzip so unterteilt, dass es einmal ein Warm-up gibt. Und ein kurzes, das beschreibt er auch da drin dann, ein Cooldown halt danach. Und ansonsten hast du dann im Prinzip immer noch vier Übungen. Ja, und an jedem Tag sind es andere. Und gleichzeitig werden die nochmal in drei Levels unterteilt, je nachdem, wie viel du schon mitbringst. Also wie fit du schon bist, beziehungsweise wie sehr du dich steigerst. Wenn du es nämlich dann schaffst, also an Tag 1 zum Beispiel, da heißt es Workout EVAL. Ja, für Evaluation. Also im Prinzip erstmal Stand der Dinge mal angucken. Ja, also wie viel geht denn? Ja, dann steht auch dabei da, okay, Warm-up. Dann die Übungen sind dann weiter hinten beschrieben. Ist eine Seitenzahl angegeben. Und Level 1 zum Beispiel wären in dem Fall vier Sätze pro Übung. Erste Übung wären Body Rocks. Zweite, Tür ziehen mit Füßen in vorne. Dritte Übung wären Prisoner Back Lunges. Und die vierten wären enge Dreipunkt Liegestütze. So, da steht auch hinten dran dann, was das Ziel ist. Zum Beispiel zwölf Wiederholungen pro Satz beim Türziehen. Oder 25 Wiederholungen pro Satz bei den Body Rocks. Bei den Prisoner Back Lunges auch zwölf Wiederholungen, sechs pro Seite. Und die engen Dreipunkt Liegestütze, zwölf Wiederholungen, auch sechs pro Seite. So, das wäre Level 1. Und das war auch jetzt die Übung, die ich selber gemacht habe. Gute Warm-up und Cooldown habe ich so nicht gemacht, wie er es jetzt empfiehlt. Weil aus dem Kampfsportbereich mache ich da andere Sachen dann. Ja, Warm-up zum Beispiel ist bei mir eine Übungsreihe aus dem Qigong. Ja, aus dem Lohangong nennt sich das. Das ist im Prinzip ja eine recht körperbetonte, bewegte Qigong-Übung aus dem Shaolin-Kung-Fu. Also, dass die Shaolin eigentlich dann als Fitness-Übung, sage ich mal, gemacht haben. Und Cooldown ist für mich eher im Bereich Stretching, Dehnen. Ja, also Sachen, die ich zum Beispiel aus dem Tecmondo habe oder so. Ja, um einfach die Flexibilität zu halten und zu erweitern. Und wenn du eh schon durchtrainiert bist, die Muskulatur schön schwach ist danach. Ja, das ist eine ziemlich gute Voraussetzung, um dann Dehnübungen auch zu machen. Ja, weil die Muskulatur ist, ja, sie ist heiß, sie ist warm, sie ist gut durchblutet. Und dadurch, dass du gar nicht mehr so die Kraft hast da drin, ja, dann kommst du auch weiter in die Dehnung rein. Ja, und ansonsten bei anderen Stellen natürlich, weil die Muskulatur sich auch verhärtet, speziell auch auf den Schulterbereich und Bizeps, Trizeps, was auch immer. Immer gut dehnen danach. Das ist mein Programm dann. So, und ja, an Tag 1 gibt es nur Level 1. Ja, das heißt, die Übungen, die sind, wenn alle auf die, macht jeder, jeder macht die gleichen Übungen am Anfang. In dem Fall ist es dann so, dass immer 30 Sekunden diese Übungen gemacht werden. Du hast also immer 30 Sekunden Zeit, die Übungen durchzukriegen und dann 30 Sekunden Pause. Dann geht es mit der nächsten Übung weiter. 30 Sekunden und wieder 30 Sekunden Pause. Dann hast du einmal alle vier Übungen durch und dann fängt das von vorne an. So, was ich aber gemacht habe, dieses Ewal, das wiederholt sich ja später. Also es sind ja dann auch, ich glaube, vier, fünf Tage später kommt es ja wieder oder am Tag 7 oder so. Beginnt das nochmal von vorne. Und immer wenn du diese Übung alle schaffst, ja, wenn die gut ausführst und du schaffst es, diese komplett auszuführen, ja, auch die Anforderungen zu erfüllen, steigst du ein Level auf. Das heißt, beim nächsten Durchlauf bist du dann auf Level 2. Und dann werden die schwerer. Da wird es, wenn die, die Art der Übung wird schwieriger, ja, also zum Beispiel dieses Tischziehen heißt ja eigentlich, dass du, ja, also mit dem Kopf unter dem Tisch liegst und dich an der Tischkante hochziehst. Also Klimmzüge quasi da machst mit aufgestellten Beinen unten. Später ist es dann so, dass du die Beine hochlegst, ja, also auf den Stuhl legst. Also die Übungen sind alle darauf ausgerichtet, dass du kein einziges Gerät dafür brauchst, sondern einfach alltägliche Dinge, die du auf jeden Fall zu Hause hast. So, aufgrund dessen, dass ich das ein bisschen doof finde, wenn ich das dann mache und mein Sohn unter mir rumkrabbelt oder halt auch dann meine Freundin in der Küche halt unterwegs ist, dann, wenn ich ungestört trainieren kann, auch den Platz habe, gehe ich in den Keller. Da habe ich keinen Tisch. Was ich da mache ist, ich habe so eine chinesische Holzpuppe an der Wand montiert, also aus dem Wing Chun Kung Fu. Und da montiere ich den Fuß ab und habe dann so diesen mittleren Arm, ja, der relativ gerade raus zeigt und, ja, mach da die Klimmzüge im Prinzip da dran, ne, also das Tisch ziehen. Das mache ich dann einmal nach rechts ausgerichtet, einmal links ausgerichtet, weil der Arm sich nach, also vom Stamm aus nach vorne verjüngt. Und dementsprechend die Arme leicht unterschiedlich belastet sind, nämlich das einigermaßen ausgleichen kann, mache ich es wechselweise bei jedem Durchgang, ne, immer in eine andere Richtung. Ja, und ich versuche auch bei meinen Übungen im Prinzip auch diese, ähm, äh, in dem Fall Side Lunges waren das bei mir dann, ne, also seitlicher Ausfallschritt relativ tief runter, wo die Arme nach vorne streckst dabei, dass ich mir, ähm, habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, aber normalerweise, dass ich irgendwas aus meinem Kampfsportbereich mit einbaue, zum Beispiel halt einen Eskrimastock nach vorne ausrichte dabei, ja, also einen Stock in der Hand halte und so. Gut, aber in dem Fall habe ich jetzt gesagt, ich mache auch, ich fange nicht mit Level 1 an, ähm, erfahrungsgemäß, das ist mir schon ein bisschen zu niedrig, ja, also da, ich brauche einen größeren Trainingsreiz und gehe auf Level 2, habe ich auch durchgezogen heute mit Hängen, Würgen, Schwitzen und Schreien. Ja, äh, die war völlig im Arsch, der Kreislauf hat dann am Schluss echt gepfiffen und ich habe mich gefragt, wie ich die Treppe hochkommen soll, ja, und, ähm, da ist mir noch aufgefallen, Scheiße, du musst dir auch irgendwie, musst du dich noch ausziehen, damit du in die Dusche kommst, willst du denn das jetzt machen? Oh Gott, ja, also es hat schon ein bisschen länger gedauert mit dem Duschen. Ja, aber jetzt ist okay, jetzt geht's, hab was gegessen jetzt und, äh, ja, ich würde dich ganz gerne mit dazu einladen. Ja, ja, falls dich das Thema interessiert und du mich da begleiten möchtest, ja, dass wir, dass ich das nicht alleine machen muss, ja, nicht alleine leiden muss, sondern jemanden habe, der mir in den Arsch tritt, ja, und deswegen sage ich auch, ich mache mich da jetzt total zum Affen, weil ich werde das dokumentieren. Ja, ja, das heißt, ich werde jeden Tag, jeden Tag eine Podcast-Folge dazu machen mit dem Ergebnis, ja, also, das heißt, ich werde auch, ähm, vorher meinen Bauchumfang messen und, äh, damit du einfach live dabei bist, ich werde das nicht jedes Mal machen, ja, ähm, aber halt zumindest vielleicht einmal die Woche oder zweimal in der Woche, dass du dann siehst, wie die Fortschritte bei mir sind und vielleicht auch dann einen Vergleich hast zu dir. Ja, ja, also ich werde den, äh, den, den Link, da muss ich jetzt mal Werbung für machen, ja, also mache ich, ich setze meinen Amazon-Link unten rein in die Beschreibung, ja, also jetzt hier offiziell, blink, 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 Werbung, Werbung. Und, ähm, zu dem Buch, ich rate dir echt, bestell dir das, wenn dich das Thema interessiert, also, ich hatte zumindest schon mal, ich glaube, bis Tag, boah, 20, 30, habe ich das mal gemacht und ich hatte alleine der Zeit, ich hatte schon mal, äh, ja, doch 100 Zentimeter Bauchumfang und ich war in der Zeit, innerhalb von 20 Tagen, war ich von 100 auf 92, ich stelle dir das mal vor, ne, also, äh, 20 Tage, das sind, ähm, knapp über drei Wochen, da habe ich 8 Zentimeter Bauchumfang verloren. Krass. Ja, und das Wichtige ist halt auch noch, ähm, auch die Tipps, die er noch zum Thema Ernährung gibt, zum Thema Regeneration gibt. Äh, er hat immer mal so kleine Kästchen mit so Snacks, die man da ganz gut einbauen kann, zum Beispiel der Snack für ganz Eilige, eine Portion, circa 20 Gramm Eiweiß, eine Banane, eine Packung Hüttenkäse, 150 Gramm, ein Teelöffel Zimt, alles in einer Schüssel für Rühren und Essen. So, ja, 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 also Hüttenkäse, ähm, gibt's häufig, ja, glaube ich, auch als körniger Frischkäse, steht ja irgendwo rum, ähm, bei den Discountern, hat einen sehr hohen Eiweißanteil und, ähm, eben kein Fett, also, beziehungsweise kein, kein Kohlenhydrate. Und, ähm, ich hab da auch so meine Sachen, die ich nach dem Training halt beispielsweise an esse, unter anderem, also, was super geil ist, äh, wenn ich exzessiv im, 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 im Kampfkunst, Kampfsporttraining bin und, ähm, dann am Schluss auch wieder Hardcore, äh, Liegestütze oder irgendwas gemacht wird, was da super ist danach, ähm, man muss es mögen, äh, ich bin Hesse, ich steh drauf, ne, äh, ist Harzer Käse, ja, also, diese schöne Rolle, dieser, aromatische, geile, mehr Hesse, man nennt den nämlich Handkäs mit Musik, ja, also Handkäs, ähm, ja, ist halt der Harzer Käse im Prinzip, mit Musik, deswegen, weil wir in Hessen, ähm, ja, den mit, mit so ein bisschen Essigöl Essen und, und, und viel Zwiebeln, ja, also, wird in so einer Lake serviert, normalerweise, äh, mehrere Stücke von dem, von dem Handkäs und, äh, Essigöl und Zwiebeln, oh, ich konnte es früher nicht mal riechen, ja, und mittlerweile finde ich das so geil, und das Geile dran ist, ähm, der hat mehr Proteinanteil als eine Dose Thunfisch, ja, also, jetzt vergleichsweise vom Gewicht her, ja, hat der mehr Proteinanteil als Thunfisch, also, geiles Zeug ist das, und hat, also, null, null Fett, ja, ja, und null Kohlenhydrate, er ist einfach, wow, ja, das Zeug knallt, da kannst du dir, kannst du dir sonst jedes Pülverchen irgendwo hinstecken, also, der ist auch, hat eine hohe Bio-Verfügbarkeit, also Bio-Verwertbarkeit, richtig geiles Zeug, ja, aber da gibt es noch ein paar andere Sachen, die halt richtig reinhauen, ja, aber mal kurz zum Ablauf noch, ich blätter gerade drin rum, und, ähm, genau, Tag 2 zum Beispiel hat keine Übung, sondern Tag 2 steht dabei dann, deine Aufgabe heute, optimiere deine Ernährung, ja, und da gibt er dann im Prinzip auf der gegenüberliegenden Seite nochmal, ähm, ja, so einen Richtwert, was man von was zu sich nehmen sollte, ja, und er macht das auch in kleinen Schritten, ne, und dann gibt es halt zum Beispiel dann Tag, Tag 3 sind wieder Übungen, in dem Fall heißt die Übung Opus, und das ist in zwei Level eingeteilt mittlerweile, ne, also, weil wir haben ja den ersten Tag gemacht, und wenn wir die Übung geschafft haben, würden wir ein Level aufsteigen, ja, der Unterschied zum Beispiel in dem Fall, gut, die Übung werde ich jetzt nicht groß erklären, aber Level 1 wären zum Beispiel 4 Durchgänge, 4 Runden, und Level 2 wären 5 Runden, ja, und, ähm, Level 1 sind die Übungen ein bisschen einfacher, und Level 2 sind sie gleichzeitig ein bisschen schwerer, das heißt, du musst sowohl mehr Durchgänge machen, als auch die schwerere Übung, ja, und da gibt er wieder so einen Tipp, dann auch irgendwie After-Workout, Fitness-Shake, à la Munich Mule, okay, ja, also das finde ich mal ganz cool, dass da für jeden Tag irgendwelche Tipps dabei sind, und was er beispielsweise auch immer macht, ähm, er schreibt so ein Kästchen, steht dann drin, Huja, ja, Huja, das ist so ein, ich glaube, von den Marines irgendein Ausruf, ähm, so Sachen, es sind häufig Dinge, einfach Tipps, die er gibt, ja, ähm, die er exzessiv auch bei seinen, äh, bei seinen, ja, Armeeschülern, nenne ich es mal, ja, äh, die er zu trainieren hatte, bei seinen Schützlingen, ähm, die er da auch eingesetzt hat, auch ein bisschen, was er von der Zeit her hat, genau, zwischendurch mal gibt's ein Mobility-Workout, Tag 7, ja, es sind auch immer mal ein, zwei Regenerationstage mit dabei, das ist immer ganz cool, ja, zum Beispiel, also ich geh mal ganz kurz mal durch, ja, Tag 1 ist, äh, das ist dieses Eval-Workout, ja, das ist nur, wo es nur ein Level gibt, Tag 2 optimiere deine Ernährung, ja, also im Prinzip auch eine Regeneration und ein bisschen Denksport, Tag 3 Opus, also das nächste Workout, Tag 4, äh, äh, geh clever einkaufen, ja, ja, dann gibt er so ein paar Sachen, wo er sagt, hier, das gehört in den Einkaufswagen rein, also auch quasi zwei Tage Regeneration nacheinander, so, dann haben wir Tag 5, das nächste Workout, Tag 6, mach einen Vorratscheck, darauf folgt die Entrümpelung, ja, dass du anfängst, ähm, den ganzen Mist, der sich bei dir zu Hause anhäuft, mal in die Tonne zu hauen, ja, und durch hochwertige Nahrung zu ersetzen dann, hochwertige Lebensmittel, ja, was wir heutzutage essen, ist ja eigentlich kein, kein Lebensmittel mehr, das ist ja nicht mal mehr Nahrungsmittel, das ist einfach nur Füllstoff, was haben wir da genau, also Tag 6, mach einen Vorratscheck, Tag 7, Regeneration, Sauna, Dampfbad und Co., und wenn man möchte, ein Mobility Workout, da sagt er auch, wichtig ist nicht nur Muskeln anhäufen, sondern auch Beweglichkeit trainieren, ja, und dann geht es bei Tag 8 wieder mit Eva los, ja, also wie an Tag 1, Tag 8, ja, das Workout, Tag 9, überdenke dein Trinkverhalten und so geht das immer weiter, ne, oder Tag 11, trink deinen Kaffee schwarz, ja, so ein paar Änderungen, die man einfach macht, und später im Verlauf ist es dann auch so, dass du nicht mehr zwei Tage, äh, Regeneration nacheinander hast, sondern nur noch einen Tag zum Beispiel, ja, aber schon zweimal die Woche dann, ne, das ist dann zweimal die Woche, also im Moment ist ja so, dass du, glaube ich, vier Tage hast du Training und drei Tage Regeneration und später wird es dann kürzer, weil auch dann der Körper sich immer mehr anpasst an die Geschichte. Ja, und ich hoffe trotzdem, dass ich dich motivieren kann, dass du mir mal ein bisschen in den Hintern trittst. Ich überlege noch, ob ich das vielleicht auch irgendwelche Ergebnisse auf Instagram poste, ich gucke mal, ob ich mir das antue. Oh, da könnt ihr mich richtig zerpflücken, da könnt ihr mich richtig auseinandernehmen dann, ja, auch dann bitte, bitte richtig lachen, ja, also bitte richtig böse Smileys reinsetzen, wenn ich da sage, oh, ich habe es nicht geschafft, ja. Also es ist halt ganz schön bei dieser 90-Tages-Challenge, ja, es ist nicht immer jeden Tag hundertprozentig umsetzbar, weil das Leben ist halt nicht gradlinig und du kannst nicht jeden Tag planen, es kommt immer mal was. Aber was du nicht machen sollst, ist Übungen überspringen oder Tage davon, sondern den Tag, den du so nicht gemacht hast, den wiederholst du. Ja, wenn du natürlich dann irgendwie eine Woche aussetzen musst, fängst du von vorne an, so. Ja, weil das ist dann keine Ausrede mehr, sei denn, du liegst im Krankenhaus oder wie auch immer, aber selbst dann baust du ja schon wieder so ein bisschen ab und solltest nochmal von vorne anfangen. Ja, und deswegen, auf jeden Fall werde ich dann das posten, was ich da mache und es kann immer mal sein, dass auch bei mir irgendwas anderes dazwischen kommt und meistens ist es eher ein anderes Training dann, weil ich das ja auch wieder ausweite. Das heißt, wenn ich an einem Tag zum Beispiel drei Stunden Training habe, ja, drei Stunden Kampfsporttraining habe, da weiß ich nicht, ob ich da, ob das für mich noch Sinn macht, wenn ich mich morgens dann komplett zerstöre, ja, weil da ist einfach auch die Verletzungsgefahr zu groß. Ja, wenn die Muskulatur so überanstrengend ist und den Tag über sich schwer und schwach anfühlt, dann, also eher in der Regenerationsphase dann ist, da macht es nicht viel Sinn, wenn ich zum Beispiel irgendwas mache, was viel mit hohen Kicks zu tun hat. Ja, damit hatte ich mir schon ein Bänderriss eingehandelt, dass ich gesagt habe, hier exzessiv, ja, da habe ich damals irgendwie anderthalb Stunden Tagmodo-Training und das war wirklich exzessiv Wettkampftraining dann, ja, also ganz viel Kicks, 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 Kicks und bin danach dann direkt in die nächste Halle rübergefahren und hatte anderthalb Stunden Habkido-Training und im Habkido war dann auch auf einmal jetzt genau Fokus auf Kicks, Kicks, Kicks und Sprungkicks und, ja, da ist es dann passiert und das ist einfach nur das Standbein, das mir weggeknickt ist und da hatte ich dann einen Außenbandriss am Fußgelenk. Ja, und das möchte ich vermeiden. Ja, also man muss auch an die Sachen mal ein bisschen mit Hirnschmalz mal rangehen, also es macht keinen Sinn, jeden Tag trainieren zu wollen, weil es ist auch wirklich so, wenn du exzessiv jeden Tag trainierst, ist es häufig so, dass du nicht mehr in die Regenerationsphase kommst und dich, also A, steigt das Verletzungsrisiko und B, zehrst du dich aus. Irgendwann ist es auch so, es ist genauso wie Leute, die extremst hungern, um abzunehmen, die nehmen dann irgendwann auch nicht mehr an irgendwelchem Fett ab, sondern die, die, die Muskeln werden abgebaut. Ja, der Körper holt sich aus allem Energie wieder raus, dass er da die lebenswichtigen Funktionen am Leben hält. Das war so viel zu mir, ich fühle mich völlig zerstört, ich weiß genau auch, dass mein, also Muskelkater morgen kommen wird und habt ihr auch die Erfahrung, dass so ein richtig guter Muskelkater erst ab dem zweiten Tag rauskommt. Das geht mir das immer. Also richtig pervers wird ein richtig guter Muskelkater meistens erst ab dem zweiten Tag. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich werde euch dann und mich mit der 90-Tages-Challenge beglücken oder quälen, je nachdem. Ja, ändert aber nichts daran, dass auch die regulären Podcast-Folgen weitergehen. Ja, absolut. Aber ich werde halt dann die 90-Tages-Challenge, die werde ich versuchen, möglichst knapp zu halten. Das war jetzt halt so eine Einführungsepisode und die eigentlichen Workouts, die ich mal kurz beleuchte, ich hoffe, das kriege ich in 5 bis 10 Minuten unter. Alles klar. Ja, freut mich, dass du zugehört hast und bleib dabei. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. ergötze dich an meinem Leid und wir hören uns. Ciao. Dein Marco. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn dir die gefallen hat, dann gib ihm noch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, empfiehl ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes. до 30 extra Sonntag Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.